Mit den wendigen Kleinbussen von Eicher sind sie immer gut und umweltfreundlich unterwegs. Wir betreiben zahlreiche Kleinbusse, die bis zu 23 Fahrgäste aufnehmen können. Alle sind luftgefedert, klimatisiert und haben Sicherheitsgurte. Die Modelle für Schulkinder sind mit Kinderbestuhlung 3-Punkt-Sicherheitsgurten und je nach Bedarf mit Kindersitzen ausgestattet. Selbstverständlich vermieten wir auch Busse für Rollstühle und verschiedene Anhänger. Unsere Busse können Sie jederzeit mieten, mit oder ohne Chauffeur. Die Modelle bis 16 Personen können Sie selber lenken. Dazu genügt ein normaler Führerschein. Kleinbusbetrieb Eicher. Sicher unterwegs rund um Lies.